Uwe Tellkamp ist ein deutscher Arzt und Schriftsteller. Leben Uwe Tellkamp wuchs als Sohn eines Arztes im Dresdner Villenstadtteil Weißer Hirsch in der Oskar-Pletch-Straße 10 auf. Nach dem Abitur verpflichtete er sich, um sein geplantes Medizinstudium abzusichern, zum dreijährigen Dienst als Unteroffizier auf Zeit in der NVA. Seine Tätigkeit dort bezeichnete er später als Panzerkommandant. Schon vor dem Oktober 1989 wurde Tellkamp wegen politischer Diversantentätigkeit auffällig. Da er Texte von West-Autoren und Wolf Biermann bei sich führte, trotzdem blieb Tellkamp bis zum Oktober 1989 NVA unter Offizier. Weil seine Einheit angeblich gegen Oppositionelle, unter denen Tellkamp seinen Bruder vermutete, ausrücken sollte, habe er den entsprechenden Befehl verweigert, den Vorgang beschreibt Tellkamp in einem Interview folgendermaßen. Als Genscher an den Balkon trat und sagte, sie können ausreisen, wurden die Züge von dort über Dresden in die Bundesrepublik geleitet. Honecker hatte sich ausbedungen, dass diese Züge nochmal über DDR-Gebiet fahren, was ein schwerer Fehler war. Anfang Oktober eskalierte das Ganze, denn in der Stadt gab es natürlich Gerüchte, dass diese Züge kommen. Es herrschte Visumspflicht, man konnte nicht mehr in die Tschechoslowakei oder nach Polen fahren. Es grassierte dann der Witz. Wir können im Grunde nur noch mit den Füßen voran aus dem Land. Jeder hatte Angst, was wird und wohin das Ganze treibt. Sehr, sehr viele Menschen sind dann raus zum Bahnhof und haben versucht, sich an die Züge ran zu hängen, um rauszukommen und zu flüchten. Das ist die Vorgeschichte. Die Kaserne, in der ich war, hatte dann am 5. Oktober den Einsatzbefehl gegen die aus dieser Anarchie hervorgegangene Gruppe 20. Eine Oppositionsbewegung vorzugehen, Telkamp sei für zwei Wochen inhaftiert gewesen und danach beurlaubt worden. Es folgten 1989 Tätigkeiten als Gehilfe auf einem Braunkohleförderbagger und Hilfsdreher in einem Lichtmaschinenwerk sowie 1990 die Arbeit als Hilfspfleger auf einer Intensivstation in Dresden. Sein Studium der Medizin absolvierte er nach dem Ende der DDR in Leipzig, New York und Dresden. Nach seinem akademischen Abschluss arbeitete er als Arzt an einer Unfallchirurgischen Klinik in München, gab aber den Beruf 2004 zugunsten seiner Schriftstellerkarriere auf. Einem mit Elmar Krekeler geführten und am 13. August 2004 in der Welt abgedruckten Interview zufolge hatte Wittelkamp am 16. Oktober 1985 um 15.30 Uhr seine Berufung zum Schriftsteller entdeckt. An diesem Tag habe er in seinem heimischen Garten die Schönheit roter Rosen wahrgenommen und den Wunsch verspürt, dieses Bild in Fasen auszudrücken. Nach einer Stunde hatte er den Text in Prosa formuliert. Uwe Telkamps erster satirischer Text wurde bereits 1987, also zu DDR-Zeiten, im Eulenspiegel veröffentlicht. Seinen ersten öffentlichen Auftritt als Schriftsteller hatte er 1992 in Dresden. Uwe Telkamp ist verheiratet, er ist Vater eines Sohnes und einer Tochter. Telkamp lebte zeitweilig in München, Karlsruhe und Freiburg im Breisgau. Seinen Hauptwohnsitz hat Telkamp 2009 wieder auf dem Weißen Hirsch in Dresden genommen. Werke Uwe Telkamp veröffentlichte zahlreiche Beiträge in Literaturzeitschriften sowie Anthologien. Gelegentlich verfasst er auch Essays für Zeitungen. Im Jahr 2000 erschien sein erster Roman Der Hecht, Die Träume und das portugiesische Café, der im Dresdner Hechtviertel in der Zeit nach der Wende spielt. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde Telkamp durch den Vortrag eines Auszugs aus seinem Roman Der Schlaf in den Uhren im Juni 2004 in Klagenfurt, durch den er den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann sowie durch die Folgen dieses Preisgewinns. Dadurch, dass sich 2008 und 2009 alle Abiturienten in Niedersachsen mit diesem Auszug im Fach Deutsch befassen mussten, rückte Telkamp in den Rang eines Verfassers von Pflichtschullektüre auf erschien der Roman Der Eisvogel. Im Herbst 2008 erschien der Roman Der Turm. Verlegerin Ulla Unselt Berkewitsch vom Surkamp Verlag empfahl persönlich den »Große Wende-Roman der jüngeren Generation« mit den Worten. Uwe Telkamp arbeite im Turm die Zeit vom November 1982 bis zum 9. November 1989 auf. Elmar Krekeler behandelte am 13. September 2008 den Roman als Buch der Woche. Für der Turm erhielt Telkamp den Deutschen Buchpreis 2008. Am 1. November 2009 wurde Uwe Telkamp für den Roman Der Turm der mit 15.000 Euro dotierte Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung verliehen. Eine dramatisierte Fassung des Romans wurde am 23. September 2010 in Dresden-Uhr aufgeführt. Am 3. und 4. Oktober 2012 zeigte die ARD ihre zweiteilige Verfilmung des Romans und erreichte damit rund 7,5 Millionen Zuschauer. Im September 2009 veröffentlichte Uwe Telkamp ein Gedicht in 40 Kapiteln mit dem Titel »Reise zur blauen Stadt«. Die Erzählung »Der Schlaf in den Uhren« trägt den Untertitel Auszug aus dem Roman »Der Schlaf in den Uhren«. Am Ende eines Interviews, das Uwe Telkamp 2005 mit Daniela Weiland führte, stellte er fest, dass er die Arbeit an dem Roman »Der Schlaf in den Uhren«, von dem seinerzeit 100 Seiten geschrieben gewesen seien, zurückgestellt habe, er ihn aber nach der Arbeit am Turm beenden wolle. In einem Interview mit Volker H. sagte Telkamp, dass der Roman »Der Turm« der erste Teil eines umfassenden Romanprojektes sei. Im Wesentlichen solle sich der daran anschließende Roman mit der Zeit nach der Wende befassen. Und zwar mit der ereignisreichen Zeit zwischen November 1989 und Oktober 1990. Der Arbeitstitel dieses Romanes sollte einem Plan vom September 2012, zufolge ursprünglich »Lava« lauten. Im Dezember 2012 gab Uwe Telkamp an, dass Lava nur der Name des ersten Abschnitts eines Romans sein solle, der wieder, wie ursprünglich geplant, den Namen »Der Schlaf in den Uhren« tragen solle. Im Mai 2014 kündigte Telkamp an, dass er den Roman, der doch den Namen »Lava« tragen soll, 2015 fertigstellen wolle. Zum »Tag der Deutschen Einheit«, 2014 lieferte der Autor in Form eines Essays ein Expos seines neuesten Romans. Thomas Gärtner schreibt über Uwe Telkamp's Nautilus-Projekt. Wahrscheinlich entwickelt es sich zu einem Lebensprojekt, geplant hatte es auf drei Bände. In Band 1, der den Titel »Das Aschenschiff« trägt, soll es vor allem um Politik und Geschichte gehen. Orientiert an der Höllenreise in Dantes göttlicher Komödie, Band 2 mit dem Titel »Falter« hat im Gegensatz dazu das Paradies als Motivision. Mittelpunkt Band 3 soll unter dem Titel »Vineta« eine Reise durch Dresden. Aber auch andere Städte und Stadtstaaten werden, die bis nach Utopia reicht. In dem Interview mit Volker Hage kündigte Telkamp an, bald einen Gedichtband zu veröffentlichen. In Publikumsdiskussionen im Anschluss an Lesungen im Herbst 2008 berichtete Telkamp davon, als nächstes ein Band über Autoren und Literatur und eine Sammlung von Porträts veröffentlichen zu wollen. Telkamp's Arbeitsstil ist dadurch gekennzeichnet, dass er in unregelmäßigen Abständen Auszüge aus noch unveröffentlichten umfassenden Werken bei Autorenlesungen vorträgt und teilweise auch als Auszüge veröffentlicht. Das trifft insbesondere auf sein Langgedicht in der Tradition Homers mit dem Titel »Nautilus« zu. Aber auch auf die Romane »Der Schlaf in den Uhren« und »Der Turm«. Aufmerksame Zuhörer oder Leser können dabei bemerken, dass Telkamp oft Kleinigkeiten verändert. Uwe Telkamp selbst beschreibt in der Zeitschrift »Belatriste« sein literarisches Schaffen mit den Worten. In einem Interview mit dem Oberpfalznetz charakterisiert Telkamp sein Schreiben als einen »Versuch«, Heimat wieder zu gewinnen, die durch den Ablauf der Zeit verloren gegangen sei. Damit stellt er sich in die Tradition von Marcel Proust. Rezeption Uwe Telkamps erster veröffentlichter Roman »Der Hecht, die Träume und das portugiesische Café« stieß beim Publikum nur auf geringes Interesse. Der Roman wurde im Juni 2009 gegen den erklärten Willen des Autors wieder aufgelegt. Für einen Auszug aus dem noch unvollendeten Roman »Der Schlaf in den Uhren« erhielt Telkamp 2004 den Ingeborg Bachmann-Preis. Die Jury zeigte sich begeistert von diesem Auszug. Die zahlreichen Feuilletor-Artikel vom 28. Juni 2004 über die Preisverleihung zeigen ein uneinheitliches Bild. Ebenso die später verfassten Rezensionen. Gelobt wurde vor allem die virtuose Sprachbeherrschung Telkamps. Kritisiert wurde hingegen, dass der Auszug schwer verständlich und dass der Auftritt Telkamps in Klagenfurt auf die Mentalität der Jury zugeschnitten gewesen sei. Telkamps 2005 veröffentlichter Roman »Der Eisvogel« polarisierte das Feuilletor. In einem »Neues Deutschland« betitelten Feuilletor-Beitrag zum Beispiel wirft Volker Weidermann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 10. April 2005 Telkamp vor. Er zeige in seinem Roman nicht genügend Distanz zu den Protagonisten, die für eine konservative Revolution eintreten und die Demokratie ablehnen. Ioma Mangold von der Süddeutschen Zeitung dagegen hält den Eisvogel für einen gelungenen politischen Zeitroman, der das Thema Terrorismus aufgreife. Auf die Frage, ob er ein rechter Schriftsteller sei, antwortet Huwe Telkamp 2005 in einem Interview mit Daniela Weiland mit »Nein.« Mit wenigen Ausnahmen, finde ich, hat die Kritik vor dem Buch versagt, sagt Telkamp in diesem Zusammenhang. Das Werk sei von der Literaturkritik als politisches Pamphlet und nicht als Roman gelesen worden. Elmar Krekeler meint zu Telkamps politischer Haltung. Er ist immunisiert gegen Ostalgie und frei von überflüssiger Euphorie über das wiedervereinigte Deutschland. Krekeler bescheinigt dem Autor einen Hang zur »Hermethik«, die »H« zu Aussagen, die nicht gänzlich dechiffriert werden können. Diesen Hang erklärt Krekeler durch einen doppelten Ausschluss Telkamps von der ihn umgebenden Welt. Erstens die zwangsweise Trennung des DDR-Bürgers durch Mauer und Stacheldraht vom Westen und zweitens die freiwillige Absonderung des Angehörigen des Bildungsbürgertums, das in Ostdeutschland auf eine im Westen oft als museal empfundene Weise erhalten geblieben sei, von der Gesellschaft der DDR. Dadurch stehe Telkamp seinen Kollegen im ehemaligen Ostblock geistig näher als seinen deutschsprachigen Kollegen in den alten Bundesländern. In Österreich und der Schweiz. Ausführlich äußert sich Uwe Telkamp selbst über seine Meinung zur jüngsten deutschen Geschichte in einem Interview, das vom »Bund Deutscher Chirurgen« am 1. Oktober 2009 veröffentlicht wurde, »Preise und Irrungen«. 2002 Zweite Förderpreis zum Lyrikpreis »Mehr Ahn«. 2002 Sächsisches Stipendium für Literatur. 2003 Förderpreis zum Christine Lavant Lyrikpreis. 2004 Dresdner Lyrikpreis. 2004 Ingeborg Bachmannpreis. 2008 Uwe Johnsonpreis. 2008 Deutscher Buchpreis. 2009 Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. 2009 Deutscher Nationalpreis. Liste der Werke. Romane, »Der Hecht, die Träume und das portugiesische Café. Roman, Verlag Faber und M. Faber, Leipzig 2000 ISBN 978-386-730101-5 Uwe Telkamps Romandebüt. Als der Turm noch ein Türmchen war«, Rezension von Volker Weidermann in der Frankfurter Allgemeine Zeitung. 25. Juni 2009. Der Eisvogel, Roman, Rowold Berlin 2005, TB, Der Turm. Geschichte aus einem versunkenen Land. Buchausgabe, Der Turm, Geschichte aus einem versunkenen Land. Buchausgabe, Augsburg 2009. ISBN 3-8289-9749-X. Der Turm, Geschichte aus einem versunkenen Land. CD, Die Schwebebahn, Dresdner Erkundungen. Mit Fotografien von Werner Lieberknecht. Inselverlag Berlin 2010 ISBN 978-3458-174899. Weitere literarische Arbeiten, satirische Texte im Eulenspiegel. Märchen von den Scheren-Schnitten. Frau Zwirnewaden, Die Zeit und der 13. Februar 1945. In »Die Welt« vom 2. Februar 2005. Projekt Nautilus. Auszüge aus dem Abschnitt der Falter sind bereits veröffentlicht. Und zwar Schwebeteppich, Partitur, Falter sowie Lumen. Obfisch. Fußballgedicht Bollywood Co. Inor, TV-Moderatorin, Sportkanal. Schwarz-Gelb. Beitrag zum 800. Geburtstag der Stadt Dresden. Gesendet von MDR Figaro am 31. März 2006. Schwarz-Gelb von Uwe Tellkamp. Bei Gewitterlicht und Traum. Notizen zur Lyrik heute. Bearbeiteter Auszug aus der Münchner Rede zur Poesie in »Bella Triste« Nr. 17 Hildesheim 2007. Autobiografische Erzählung Lichtmaschinen. In »Renatus Deckard«, die Nacht, in der die Mauer fiel. Schriftsteller erzählen vom 9. November 1989. Surkamp Verlag, Frankfurt 2009, S 61 bis 72. Reise zur Blauen Stadt. Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig 2009. ISBN 3-458-193-23-5. Sacht Äxte Abenteuer in die Gedanien in. Märkische Allgemeine vom 14. Mai 2005. Die Deutsche Frage der Literatur in »Frankfurter Allgemeine«. Zeitung vom 16. August 2007. Debatte. Die Deutsche Frage der Literatur, was war die DDR? Die Sandwirtschaft. Anmerkungen zu Schrift und Zeit. Surkamp. Ein Turm namens Kohl. Schriftsteller Uwe Tellkamp zum 80. Geburtstag des Altkanzlers. Bild. 3. April 2010. Interviews Michael Braun, Gespräch mit Uwe Tellkamp. In Sinn und Form, Heft 4 2009, S 505 bis 512. Dagmar Bormann, Atlantis. Geschichteninterview mit Uwe Tellkamp zur Aufführung der Turm am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. In Punkt. In Printmedien so eine Spirale willst du auch einmal schreiben. In Frankfurter Rundschau vom 7. Juli 2004. Die Jungen müssen wieder feiten. In Die Welt vom 13. August 2004. Meine Heimat ist ein Schiff aus Papier. In Oberpfalznetz. Medienhaus der neue Tag vom 1. April 2006. Vielleicht bin ich ein giftiger Lurch. Der Schriftsteller Uwe Tellkamp über das DDR-Bürgertum, den Arztberuf und sein Problem mit der Ironie. In Der Tagesspiegel vom 13. Oktober 2008. Ein großes Panorama. In Buchkultur. Ausgabe April, Mai 2009. Unter allen Utopien lag eine Uhr. Interview. In Bella Triste Nummer 20. Hildesheim 2008. Als Audio-Dokument Uwe Tellkamp im Gespräch über der Turm. Als audiovisuelle Dokumente im Gespräch. Uwe Tellkamp. Sendung des Bayerischen Rundfunks vom 30. April 2005. BR Online. Die große Unsicherheit. Video-Interview vom Posenover Festival 2008. Buchpreisträger Tellkamp im Interview. Es ist nicht nur mein Preis. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14. Oktober 2008. Buchpreisträger Tellkamp im Interview. Es ist nicht nur mein Preis. Buchpreisträger Tellkamp im Interview.